und wenn wir das haben kümmern wir uns um die treppen übrigens habe ich auch so bock doch das sieht so geil aus bestimmt dann danach wenn es fertig ist ich würde dann tatsächlich damit anfangen diese treppe da die außen ist abzureißen und dorthin zu platzieren aber das machen wir gleich ich gehe wieder nach hier oben gehe in die mitte hier ja das wird doch nie was hier rauf so so hier ist die mitte nicht da nicht da sondern genau hier moment mache ich das richtig ja stimmt ich sehe es auch an den zacken dort wo die zacken so doppelt sind und da wo es hoch geht also hier richtig also muss ich hier genau den spot finden so nein so und der müsste doch jetzt theoretisch eisen berühren das eisen oben ist der doch jetzt über nicht guck mal weil der würde dann glaube ich für einiges an stabilität sorgen ja wie ich sagte er berührt jetzt hier das eisen top und er ist trotzdem rot ja weil der hier rot ist ne wir bauen einfach mal weiter und hoffen dass es hält das gleiche muss ich natürlich auch an den anderen ecken machen aber wir bauen jetzt erstmal nur diese hier wo sind die doppelten ja hier hoffen wir das sorgt für ein bisschen stabilität das wäre super dann hier dicht und dicht denn theoretisch wenn der hält der große stammler können wir nämlich auch ja das hätte ich nicht machen müssen weil das kracht vielleicht sowieso wieder ein können wir nämlich hier unten sagen länglich drehen und dann so dran und so dran und hier ich glaube nicht dass das hält aber wir können es einfach mal ausprobieren das wäre natürlich nice hauptsache wir können hier uns ein dachboden bauen dieses brett baue ich wieder hin das gehört daran so oder was schon wieder rot brenzlig rot das hält doch alles niemals schade hier können wir eigentlich auch noch mal den stamm nach oben bauen mitte ist hier und die mitte ist hier so ich gucke mal ob das stimmt bevor ich weiter baue aber ich glaube ja geht auch durch den eisenträger oh hier kann ich das ja auch machen da kann ich das auch machen dann mache ich das doch also hier kann ich das an dem genauso machen denn das mag ich auch dass das dann hier so eng und und ungemütlich ist so weil es so aber so ist ein dachboden ja und deswegen fand ich das eigentlich ziemlich passend dass wir das hier oben so knapp bauen und wir hätten eine müllhalde sozusagen das natürlich auch mit einer der intentionen die ich dabei habe länglich und da drehen und so und wenn das jetzt hält das wäre cool da können wir eigentlich auch noch so und so hätte ich mal gemäher kein holz mitgenommen von wegen das reicht aber ich glaube so hält es ne das sieht jetzt aber nicht unbedingt schön aus es hält nicht wieso hat der jetzt nicht gehalten aber dann werden die anderen auch nicht halten der wird auch gleich abfallen ja 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 ich hab's befürchtet ich hab's befürchtet habe mich wieder zu früh gefreut war okay Moment ich reise das nochmal ab naja gut dann können wir das mit dem dachboden glaube ich doch nicht so machen ne 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 das möchte er nicht hier unten sieht es nicht besser aus ne oh gott ne pros Succession könnten natürlich auch anstatt den zb mal so probieren Moment mal ich geh mal nach oben wenn ich da überhaupt noch hin komm ja komm ich und dann hier gegen Da! Mittig. Möglichst weit nach unten. So, dann läuft mir jetzt zwar so gegen, aber ist mir völlig egal. Ich hoffe, dass es hält. Weil die sollten halten, wenn ich mich nicht irre. So. Komme ich da rüber, ohne runter zu fallen. Ja. Top. Nach unten. Nee, nee. So. So. Aber das hier hält nicht, ne? Aha, 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 aha. Moment. So wird er von zwei hin gehalten. Ich probier's mal. Und der hier auch. So. Sieht dann, glaub ich, auch ganz cool von unten aus, ne? Hm, aha. Viel mehr so... Hä? Nee, der hier ist falsch. Viel mehr so integriert in das Holz. Das sieht eigentlich ganz nice aus. Ähm. Aber wir müssen natürlich gucken, ob das auch alles hält. Weil sonst bringt uns das alles hier gar nichts. So. Und hier ran. So. Zack. Und zack. Und warten. Der kommt weg. Die hier sind ja auch nicht das Problem, ne? Die sind hier noch relativ dicht an denen. Und die wiederum sind ja an... äh... Hier ist ein... ne... ne Stahlreihe. Und direkt da drüber auch. Und er ist halt immer noch nicht. Vor allem der da. Der eigentlich das Eisen berühren müsste. Tut er doch, oder? Nee, tut er nicht. Tut er eben nicht. Gut. Dann brauchen wir den auch gar nicht so plump da hinstellen. Moment. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt hab. Aber ist halt trotzdem nicht. Aber ist die gleiche Stelle, ne? Moment mal. Moment mal. Ich baue hier nochmal schnell so einen dran. Und so einen dran. Mach den weg. Und baue den schnell, schnell, schnell. Dort wo das ist. Also ziemlich genau. So. Gucken. Das stimmt. Okay. Ein kleines Stück weiter nach vorne. Ähm. Wir können leider keinen Eisen mal ran machen, ne? Das ist tatsächlich genau. Das sind die letzten Eisenspitzen, die es gibt. Noch höher geht es einfach nicht. Das Zentrum ist ja sozusagen das, woran wir uns orientieren müssen. Ich, äh. Ich, äh. Mach mal. Äh. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Du kommst weg. Und nicht mit dich, sondern dich da dran. Also. So. Der weg. So. Gucken. Jetzt müsste es doch aber stimmen, oder? Jetzt sind wir ja, glaube ich, so weit nach hinten gegangen, dass der den hier berührt. Sehr gut. Also das heißt sehr gut. Das ist jetzt natürlich die Frage, ob das noch irgendwas ändert, weil, wie gesagt, der hier ist auf dem Max. Rot. Ich weiß nicht, ob der dem dann was gibt. Also, ob das ausreicht. Aber, nicht lang rumlabern, wir probieren es einfach aus. Ja. Nee. Hm. Physik sagt nein. Dann können wir das vergessen. Dann lass ich es sein mit dem Dachboden. Schade. Schade, schade. Ähm. Wir machen uns trotzdem irgendwo einen Spot, wo wir das machen, was ich gerade gesagt habe. Ich würde es vielleicht nur nicht hier oben machen. Wir könnten es erstmal tatsächlich, wie ich gesagt habe, in einem, in einer Etage zwischenspeichern, ne? Also, das bleibt dann da nicht für immer, sondern es wird, ähm, sich irgendwann darum gekümmert, dass wir eine Art, ich sag mal, äh, Deponie haben, ja? Wo der ganze Müll hinkommt. Ähm. Dann machen wir das da einfach hin. Und vorher würde ich das zum Beispiel in die Etage unter der hier machen, vielleicht. Vorübergehend. Ähm. Weil ich bin mir sicher, dass das dann die letzte Etage sein wird, die wir überhaupt wollen. Und so lange ist es einfach nicht im Weg. Ähm. Wir können natürlich auch einfach hier eine kleine Ecke machen. Das ginge, ne? Das würde ich sagen, so die entfernteste Ecke, da wird unser, wird so eine Art Speicher. Ein Endlager. Wenn man so will. Hm. Ähm. Da ist noch was. Das nehme ich auch noch mit. Hier schwebt etwas auf magische Weise. Das würde einfach nicht einkrachen. Ich mach das mal so. Da ist noch Holz. Das nehme ich auch noch mit. Ansonsten ist es hier wieder sauber, ne? Da. Gut. Schade. Schade. Schade, schade. Ähm. Aber dann ist das eben so. Was soll's. Moment mal. Das Holz kann ich gleich hier lassen. Ich wollte die Treppe umbauen. Moment. Das kann ich als brauche ich dafür auch. Eigentlich alles was ich hier hab. Moment. Ich glaube ich kopiere das sogar einfach. Weil ich finde das eigentlich vom Stil her ganz cool. Also ich reiße. Moment. 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 Ähm. Moment. Wir weiten das doch sowieso aus. Wir werden ja sagen. 1, 2, 3. Diese Wände hier kommt raus. So. Und. Ja. Den hier. Können wir auch schon mal abreißen. Mh. Und hier oben genauso. Also können wir hier sagen. Der, der, der und der. Und die drei. So. Hier dran machen wir die. Und die drei. Hier dran machen wir die. Aber hier machen wir. Geben wir nur einen raus tatsächlich. Dann machen wir bei den anderen ja auch. So. Und so. Und hier machen wir allerdings die Wand nicht weg. Ne. Hier kommen wir dann. Da kommt die Wand weg. Und das werden doppelte Treppen. So. Hier allerdings. Weil das nur diese. Diese Behelfstreppe ist. Machen wir die so wie sie hier ist. Also. Moment. Äh. Treppe. Ich hab auch das hält alles. Das muss da aber eigentlich halten. Hinauf. Und hinauf. Ey. Wenn ich hier runter falle. Das würde echt böse weh tun. Ich hab echt Angst. Äh. Nicht. Nicht einkrafen. Bitte nicht. Ja. Scheiße. Ich hab Angst. Das hat dann schon was. Dann hat man ein bisschen mehr Aussicht. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ähm. Das soll es jetzt hier liegen. Mh. Wir müssen die Dächer sowieso abreißen. Dann mache ich das mal jetzt. Äh. Und zwar. Ab dem. Moment. Wo ist denn hier das Doppelte? Das Doppelte ist hier. So. Das heißt der Doppelte. Und der Doppelte. Und. Und. Der wird eine Kante. Also drei. Ich kann auch einfach von der Seite zählen. Ne. Also Ecke. Eins. Zwei. Drei. Ecke. Eins. Zwei. Drei. Der hier wird dann zur Kante gemacht. So. Alles mitnehmen. Und hier dann. So dran. Mh. 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 Moment mal. Habe ich das denn da gemacht? Weil hier müsste ja eigentlich ein halber dann überlappen. Habe ich das hier einfach so übergebaut? Ja. Ja. Sogar mit noch einem. Ist ja voll unnötig eigentlich, ne? Das soll da sinnlos dieses. Kann ich das abreißen? Kann ich das untargeten überhaupt? Sehr nett. Ja. Der da. Den will ich abreißen. Und gib mir deinen Krempel. Der liegt hier. Sehr gut. Ähm. Dann zähle ich mal ab. Wie viele noch da bleiben müssen. Äh. Also eins. Zwei. Drei. Ecke. Gut. Also nach oben. Ecke. Eins. Zwei. Drei. Ja. Stimmt. Wir hatten noch den da sinnlos. Okay. Okay. Dann machen wir hier drauf. Das. So. Und wie haben wir das denn hier gebaut? Wir haben einfach hier einen drangesetzt auf den Stahlträger, ne? Dann die Treppe nach unten gebaut. Moment. Mh. Hier dran. Dann. Hier eine. So eine Fürst. Geht nicht. Wir müssen erst so einen bauen. Moment. Ich guck mal hier. So. Uh. Keine Werkbank. Jetzt haben wir eine. So. Fürst. Und so. Den wieder weg. Das müsste passen. Ähm. Und. Wir machen. Das Dach. Hier weiter runter. Da. Da. Das. Und. Und. Das. Hier kommt dieser komische. Diese Innenecke. Moment mal kurz. So. Oder nicht? Oh. Mir fehlt Herr. Warum fehlt mir denn Herr? Warum fasst das hier so gut? Ich sollte das mal von unten nach oben bauen, oder? Ah. Da liegt Herr. Ähm. Das ist auch angekracht. Warte mal. Ja. Natürlich. Weil die Stütze fehlt. Ähm. Ich. Uh. 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 So. Jetzt reicht's. Ich baue hier meine Werkbanken. So. Probieren wir's nochmal. Ähm. Diesmal bauen wir. Orientieren wir uns an dem. Also bauen. So. So. Und dann hier gegen. So. Und. So. Und. So. Hier drauf. Es läuft ein bisschen, dass man hier aneckt. Aber was soll's. ist. Und so. Und so. Und. Fürst. Und. So. 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 Und noch einen nach oben bauen. so. Das klappt ja hervorragend. so. So. hier würde ich vielleicht ein bisschen den Stil ändern. Denn. Wir gehen hier sowieso nochmal einen raus. einen Augenblick. Da dran. Und. Hier. Das kann nicht sein. Das kann ja nicht sein. Hä? Hä? Der ist falsch. Puh. 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 Ich hasse es in diesen Höhlen zu bauen. Ich hasse das so. So. Der ist richtig. Dann hier ums Eck. Und. Warum ist das so komisch? Habe ich den falsch gebaut? Sieht so aus, ne? Sieht so aus. Hätte ich das tatsächlich ein bisschen verschoben gebaut. Warum auch immer ich das getan habe. Aber gut. Ähm. Genau. Da machen wir diese Treppenteile dran. Das fand ich eigentlich ganz hübsch. Also. So. Mhm. Mhm. Ich mag das auch, dass da so ein bisschen Schnee dran liegt. Weil diese Zacken. Äh. Also dieses Ding das nicht ganz überdeckt. Finde ich eigentlich ganz nice. So. Hier ums Eck. Zack. Und. Zack. Hier machen wir den dran. Mhm. So. 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 Und. Da dran. Und hier bin ich jetzt am überlegen. Ob wir das vielleicht irgendwie anders machen. Zum Beispiel hier mit. Also einfach. Und dann immer. Zwei. Aber das wird dann nachher asymmetrisch. Da gehe ich davon aus. Und das mit Kernholz, ne? Also dann hier so irgendwie. Ach ja. Und das kommt ja auch noch dazu. Dass das dann entweder zu hoch oder zu niedrig ist. Ach. Boah. Wie soll das denn immer wegkehren, weil es das nervt voll. So könnte man es bauen. Selber machen. Hm. Not sure if Gusta. Aber wir bauen einfach mal weiter. So. Dann die Treppe hier kommt weg. Ja. Also wir bauen diese Konstruktion hier wieder ab. weg und weg. Also das hier alles. Vorsicht. Mhm. So. Tear. Wieder her damit. Gib mir mein, gib mir mein Tear zurück. Ähm. Und hier bauen wir dann einfach die. Halt. So. 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 Halt. 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 Oho. Ich habe richtig Angst, wo ich hier gerade stehe. Zack. Und zack. Ach, Überlappung. Shit. Wo war die? Eins. zwei drei vier fünf und hier ist der überlappende okay ich gehe mal nach unten holt her holt kernholz ich glaube ein tag kann man da deutlich besser arbeiten so geil aussehen dann haben wir auch endlich mal ein bisschen aussicht also ich meine wir sind hier so weit oben haben so einen riesigen tower gebaut aber kein bisschen blick nach draußen ist irgendwie so ein bisschen waste oder was soll ich holen her so ein bisschen so viel brauchen wir davon nicht kernholz nämlich noch ein stack mit und holz wenn wir haben nämlich auch noch ein stack mit nämlich den rest mal mit keine sorge wir haben noch holz in unserer alten base die müssen wir nur abreißen und oben liegt noch was also alles gut ich habe mir noch mal eine wurst rein wurst ich das irgendwie immer so komisch aus wurst ist aber auch ein sehr seltsames wort ehrlich gesagt ich habe durst die können wir so lassen das kann man eigentlich auch so lassen hier muss ich noch mal den dran setzen so da dran perfekt dann können wir das ja auch abreißen das hier auch und jetzt fangen wir mal an mit der doppeltreppe das alles weg da weiß ich nicht wie viel weg nehme ich nehme jetzt mal so weg bis zur hälfte und dann hier unten bis zu der hälfte probier's mal mit gemütlichkeit so geht ja nicht geht ja nicht hier ist ja die treppe im weg dann gleich was eine schwierigkeit wird sind die stahlträger da habe ich keine ahnung was wir machen sollen aber das lösen wir gleich wir bauen erst mal hier ein bisschen und ich mal ein bisschen sehe wie das letzten endes alles aussieht das hier bleibt so das bleibt alles so weg damit so ja ja das ginge hier machen wir jetzt mal so einen dran und hier in der treppe dran was denn ach direkt daneben so hinunter vorsichtig auch ich hab echt so schiss auf neu gebauten dinge anzustehen echt bammeln dass ich da ein krach gar keinen bock drauf ich sammle erstmal alles ein sonst kann ich hier nicht richtig sehen diese kann ich auch abreißen träger hier und den ich baue mal lieber von hier unten ne ich glaube das macht mehr sinn und hier geht es dann halt weiter ne wieder ums eck dieses nach außen das machen wir wie gesagt immer nur dort wo die treppen aufeinander treffen also wir werden das jetzt nicht da hinten auch machen das bleibt alles so aber diese hier ne das wird dann halt da hat man hier so kann man auch ein bisschen frische luft atmen ja diese stange hier ist natürlich jetzt ein problem und das ist nicht nur auf dieser etage sondern auch auf anderem ich kann mir das so rausnehmen komplett frei machen oder hier passen doch die hier ran oder das ist ja wie also wie als wären sie dafür gemacht wahrscheinlich sind sie das auch äh moment das ist jetzt natürlich schwer zu targeten naja die mitte genau so und da unten dran moment fach er daran nicht das ist er so und hier machen wir ganz einfach die dran daran und ja und jeder hat man so eine freie sicht ne ist das geil oder ist das richtig hammergeil oder was oder ist das der absolute ober shit würde ich sagen oder das mal kurz überlegen wenn wir das hier lösen ähm ich nehme mal kurz das holz hier mit ja keine ahnung theoretisch müssten wir hier so das gegenstück nehmen ne den hier und dann ab hier so so aber das ist ein bisschen zu dicht dran ne vielleicht auch so und dann hier den dass er damit bindig ist kann er auch so machen hier theoretisch da nochmal so einen dran mit dem wir krisseln nach außen so das sieht ja eigentlich gar nicht mal so schlecht aus dass er wir krisseln nach vunen machen uns